Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! One Piece wollte ich schon sagen. Uncharted! Ich glaube da kommen gleich Gegner, gell? Habe ich schon gesagt, dass ich Elena übelst liebe. Ist hier über ein Schatz gewesen? Naaaaa... Nein! Toll! Egal, egal, egal. Kannst auch mal machen. Passt schon. Okay! Okay. Da ist nix. Achso, das ist ja eh der Rückweg nochmal. Kann das sein? Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wo geht's jetzt nochmal entlang? Brücke einfach, oder was? Scheint so. Okay. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind... Verdammt morscht. Elena! Das reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Verdammt! Okay. Oh, Mist. Okay. Komm schon. Komm schon. Gehen wir. Komm. So. Komm schon. Noch n'n Schatz! Hiiiiihihiihi! Kriege ich jetzt noch n'? Nee, komm. Kopp! Hier geht es nicht mehr weiter. So. So. Nein, das ist eine Sackgasse. Ich glaube, da geht es nicht entlang, sondern da wieder Richtung in den Wald. Okay, nicht direkt im Wald, aber... Ah, das bringt eh nichts. Wollen wir wetten, ich werde eh wieder erkannt wegen Elena. Sag ich ja. Boah, ich schwöre, die Frau geht mir so auf die Eier. Ohne Witz. Komm, ich nehme die Resteds mit. Auch wenn es auf Gefahr drauf läuft, dass ich nachher nicht so viel Munition habe. Ach, von Himmels Willen. Also, one. Two. Three. Und... Fluss aufwärts. Okay, ich nehme jetzt sicherheitshalber eine AK mit. Dass ich mindestens eine Waffe habe mit viel Munition. Sonst wird es wirklich zu gefährlich. Mit der Rest. Mit der Rest habe ich ja jetzt nur noch zwei Schuss. Und das ist echt... Oh, wieder die Jetski-Scheiße. Boah, wie ich das hasse. Okay, hier ist nix. Okay, hier ist nix. Noch kein einziger Gegner. Boah, heilige Scheiße war das jetzt klar. Gott sei Dank habe ich immer ein wenig Munition. Ich muss nicht mal nachladen, wie es aussieht. Von daher, passt. Ah, scheiße, ich fahre einfach weiter. Fuck, ob das eine passt. Uh. Das war jetzt aber knapp. Boah, heilige Scheiße. Ah, jetzt kam. Nein, da ist n Pass. Da ist n Pass. Da ist n Pass. Gott. Einer hat zum Fakt gekriegt. Ah, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Natürlich. Natürlich. Jetzt kommt verreckt. Kann ich da ans Lang gehen eigentlich? Nein. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, 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 okay. weiter geht's, 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 weiter geht's. Ah. Oh, das wird jetzt richtig lustig. Ui. Komm, hoch mit dir. Komm, Drake. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm. Ah, das ist schon wieder so ein scheiß Fass. Wow. Da hatte ich jetzt aber Duse. Da hatte ich jetzt echt Duse. Komm, wo schießt denn der? Okay, egal, 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 egal. Ah, das ist wieder scheiße gelaufen. Das ist wieder richtig scheiße gelaufen. Wobei, wobei, na. Das ist eine scheiß Stelle. Und da muss ich jetzt hier echt wieder hochlaufen. Warne. Wow. Was ist sicher? Okay. Habe ich den Jarvis? Nein, habe ich nicht. Jetzt komm. Jetzt aufpassen. Wo war da noch einer? Da. Ey, Mann, manchmal ist das so... Mega. Auf jeden Fall bin ich die jetzt los. Jetzt kann ich gleich mal weiterfahren. Oh, ich mag diese... Genau deswegen mag ich einfach an Charter 1 nicht. Ich heiße diesen Jetski kack. Ohne Witz, das nervt mich der Maasen. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kapitel gibt es bei Charter 1. Okay. Ah, Dreck. Das war zu erwarten jetzt aber. Das war so dermaßen zu erwarten. Ah. Oh, ich wollte doch knudeln. So ein Shit. Okay. Das kann nützlich sein. Also ich finde hier eine normale Pistole. Oh, ein neues Spielzeug. Viel besser. Okay, nix. Und wenn ich da runter springe, bin ich tot. Könnte ich drauf wetten, oder? Okay, ich bin nicht tot. Obwohl ich es ehrlich gesagt erwartet habe. Ah, mein Schatz. Wüsste ich doch, dass da was ist. Geht da gleich jetzt noch eine Runde los, oder? Oder auch nicht. Hm. Rennen sie nicht so. Eddies Jungs könnten überall sein. Ach, Quatsch. Die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott. Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich. Unglaublich. Vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand. Halt! Glaubst du etwa? Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Äh, weißt du was? Ich glaube, ich hab mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus, wie der arme Kerl da. Okay. Na bitte. Ah, die neue Pistole. Gut. Ich muss halt vorsichtig sein. Ich muss gucken, wo Schätze sind. Ich will keinen Schatz verpassen. Ich weiß sowieso, dass ich bestimmt welche schon verpasst habe, aber ich will's nicht. Ah. Schön. Oh, ne Dessert-Kaliber auch noch. Geil. Ah. Elena, auf wen schießt du? Ah, wollen wir mich verarschen. Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Hescher hier beim Tor sind. Mhm. Okay. Ich höre... Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesen Typen nicht. Lass sie nicht zu Sullivan! Woher wussten die wieder, dass ich da bin, hä? Wieso? Alter, das ist für ein verrückter Mongo. Jetzt aber. Oh. Hat er mir einen Headshot verpasst? Okay, passt. Okay. Okay. Immer dieses Suchen. Nach Schätzen. Glaubt mir eigentlich die meiste Zeit von der Netztruhe immer. Oh. Ah. Ah, ne. Ist ne Schusswaffe. Okay. Schade. Okay. Keine Gegner. Natürlich war rechts auch noch einer. Das war ja irgendwie klar, oder? Dann gehe ich diesmal nach rechts. Wie wäre es damit? Cool. Wen haben die jetzt abgeknallt? Keine Gefangenen. Keine Gefangenen. Okay. Oh Gott. Er ist erledigt. Wie nett. Das klingt wahrscheinlich doch besser, wenn ich nach oben gehe. Jetzt! Da drüben! Ich muss gucken, dass sie schnell sterben, bevor mehrere kommen. Jetzt sieht es aber bis jetzt gut aus. Uh, ne M4. This is nice. Ah, ich treffe aber wieder so viel. Oh, ne Spaß. Ja, die gehen halt teilweise auf Verlena los. Was ich recht witzig finde. Muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Das finde ich recht witzig. Wow, war das knapp. Ah. Das tat bestimmt weh. Enno, no. Okay. Das ist Eleno. Okay. Ah. Wow, war das knapp. Wow, war das knapp. War das knapp. War das knapp. Von wo hat der geschossen? Ah. Ah. Ah, shit, 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 shit. Von wo hat der geschossen? Ah, ich glaube, ich habe ihn. Ah. Oh, war das knapp. Das war knapp. Aber hier geht es nicht weiter. Hm. Nee. Hier geht es echt nicht nirgends weiter. So wie ich das sehe. Ah, kann ich da die Wand kaputt machen? Okay. Ah. Nee. Mann. Hier drin muss es doch eigentlich wirklich Schätze geben. Sag ich ja. Kann ja nett sein. Egal, Leute. Das war es für den Party. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, we'll really高. Okay. 殺hed inc komma. Ich binал Woods. Yes,ografie. Das war Outside. unten.